hallo und herzlich willkommen im kanal von mobil handy mein name ist bastian ebert und heute soll es um die neuen handy tarife von auto gehen das unternehmen hat am 5 juni eine ganze reihe von neuen tarifen vorgestellt um genau zu sein hat man drei neue tarife auf den markt gebracht und dabei gibt es jetzt besonders viel datenvolumen wenn man das möchte und einige neue funktionen daher nutzt sich schon mal reinzuschauen was hat sich denn geändert im vergleich zu den älteren tarifen was sind denn diese neuen funktionen und für wen lohnen sich denn diese tarife ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet in unserem tarif rechner und man sieht es sind eigentlich nicht nur drei neue tarife sondern es in sechs neue tarife das liegt daran und da sind wir schon bei einer neuen funktion das und jemand sieht dass die sogenannte boost funktion eingeführt hat das bedeutet folgendes mit der boost funktion zahlt man fünf euro mehr pro monat und bekommt dafür das doppelte datenvolumen und das heißt wenn man die boost funktion anwählt hat man eben aus dem einen tarif zwei tarife gemacht also es gibt eigentlich nur drei neue tarife sondern lassen sich immer noch verdoppeln durch die boost funktion und damit sieht man hier sind eben sechs tarife abgebildet da sind wir auch schon mitten bei den neuen konditionen hier sieht man recht deutlich es gibt richtig viel datenvolumen also durch diese boost funktion und die drei tarife kann man wirklich eine ganze bandbreite an datenvolumen abbilden es gibt eine kleine daten vertreten mit ein gigabyte datenvolumen die eignen sich dann eher für wenig nutzer die jetzt nicht so oft monatlich im internet sind und es gibt hier die richtig große fette daten vertreten mit 60 gigabyte datenvolumen da dürfen selbst power nutzer damit zurechtkommen und eigentlich im monat jetzt die drossel grenze nicht so wirklich erreichen da muss man sich wirklich anstrengen preislich ist es ebenso gestaffelt es gibt hier den kleinen tarif mit der ein gigabyte vertreten für 19 euro 99 und wenn man tatsächlich dann die 60 gigabyte haben will dann zahlt man die 44 9 euro 99 das sind die 39 euro 99 aus dem friel plus die fünf euro von der boost option und da kommt man dann auf diese 44 euro 99 an der grundstruktur der neuen autofree tarife hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert wenn man die man mit den autofree tarifen bisher vergleicht also das heißt man sieht dass hier es ist eine komplette ordnet flat rate also es gibt kostenlose gespräche in alle netze kostenlose sms in alle netze und man sieht es auch hier die internet vertreten ich ja schon angesprochen interessant ist auf jeden fall und das ist natürlich auch ein bisschen wichtig für das viele datenvolumen in jedem der neuen auto tarife autofree tarife gibt es lte anbindung und immer die maximale geschwindigkeit die das netz gerade hergibt das sind derzeit bis zu 275 25 mbit pro sekunde und damit ist der tarif schon relativ schnell ich mache spielte auch keine rolle wie viel man monatlich ausgibt also das heißt selbst die kleine flat rate mit ein gigabyte datenvolumen und knapp 20 euro monat kann mit 225 mbit pro sekunde surfen und genauso natürlich dann die große daten flat rate auch hier sind die 225 mbit pro sekunde maximal drin ja das ist erstmal so der tarif überblick und jetzt können wir mal reinschauen in die tarifdetails ich habe das hier schon mal vorbereitet das ist die o2 seite man sieht ja noch mal das in die und hier sieht man die drei neuen handy tarife und hier unten das ist jetzt die buchstoption wenn man da drauf klickt sieht man hier oben gibt es das doppelte datenvolumen und hier unten ich mache es noch mal 39 euro 99 44 euro 99 hier unten gibt es dann den doppelten preis die nicht den doppelten preis sondern fünf euro mehr doppeltes datenvolumen fünf euro mehr genauso hier zehn gigabyte klicke ich auf die boost option gibt 20 gigabyte und man zahlt fünf euro mehr und im kleinen tarif gut jetzt wenig überraschend genau das gleiche wenn man das jetzt mal sich anschaut dann lohnt sich natürlich hier diese fünf euro boost option natürlich besonders weil man für 5 euro 60 gigabyte datenvolumen bekommt und selbst wenn man es jetzt mal ausrechnet also 44 euro 99 da wir bekommen man 60 gigabyte datenvolumen das sind nur noch 75 cent pro gigabyte die man bezahlt und das ist tatsächlich ein gigabyte preis da müssen sich selbst die discounter anstrengen um damit zu kommen also man bekommt hier dass viele datenvolumen auch zu einem richtig günstigen preis beachten sollte man allerdings hier unten ist es noch mal ein kleingedruckten mit drin gut das sollte jetzt nicht passieren hier unten ist es noch mal ein kleingedruckten mit drin ich versuche es noch mal zu markieren jetzt hat es geklappt hat doch nicht geklappt egal gehen wir gleich mal rüber dann sieht man das hier ja es kommt auf jeden fall immer noch der anschlusspreis dazu also das heißt wer den tarif kauft der zahlt auf der ersten rechnung immer die 29 euro 99 anschlusspreis bekommt man derzeit auch günstiger normalerweise wären es 39 euro 99 jetzt sind es noch die 29 euro 99 ich bin jetzt hier schon mal im menü für den autofree tarif die flex weiter wollen wir noch nicht da komme ich später drauf und da sieht man schon es gibt noch bestimmte boni für bestimmte kundengruppen also wenn man schon kunde ist kann man hier oben anklicken dann bekommt man das als partnerkarte dann wird es auch günstiger und mir sieht das wird dann gleich richtig günstiger als partner karte dann zahlt man nämlich nur noch 29 euro 99 also zehn euro weniger pro monat wenn man jugendlicher ist auszubildender student bekommt man die 34 euro 99 als monatlichen grundpreis dann zahlt man immerhin fünf euro weniger und es gibt auch noch die möglichkeit sich als selbstständiger anzumelden egal was man jetzt ist man muss es natürlich in irgendeiner form nachweisen also das heißt es lohnt sich jetzt nichts hier einfach anzuklicken sondern man muss es dann auch zum beispiel mit einer studienbescheinigung oder mit einem ausweis wo eben das geburtstag und drauf steht muss man dann eben das nachweisen dass man tatsächlich berechtigt ist diesen rabatt zu bekommen aber man sieht hier wenn man zu diesen zielgruppen gehört dann kann man diesen tarif auch noch mal günstiger bekommen ansonsten sieht man hier das ist jetzt der autofree tarif also die größte variante ohne boost option noch mal die besonderheiten 30 gb hatte ich vorhin schon erklärt ist nicht schlecht mit 60 gb wäre es sogar noch besser lte max bedeutet genau das was ich vorhin schon erklärt hatte also das heißt man kann hier mit der maximalen geschwindigkeit dürfen die das netz hergibt endlos surfen das ist eine ganz interessante sache die hat man von den bisherigen autofree tarifen übernommen endlos surfen heißt der tarif wird zwar gedrosselt aber nicht komplett also das heißt man wird nicht wie bei anderen anbietern auf 32 kilobit pro sekunde oder 64 kilobit pro sekunde gedrosselt das würde dann bedeuten dass man kaum noch dürfen kann sondern die trosselung erfolgt auf 1000 kilobit pro sekunde oder ein mbit pro sekunde je nachdem wie man es aussprechen will und damit kann man dann immer noch einigermaßen gut surfen man hat dann zwar kein lte mehr aber man kann immer noch mit einem mbit pro sekunde surfen und das entspricht eventuell erinnert sich der eine oder andere noch dsl 1000 das ist jetzt nicht wirklich schnelles internet aber es ist internet was funktioniert und das heißt man kann seiten aufbauen man kann auch das ein oder andere bild laden nur wirklich daten intensive dienste wie zum beispiel video streaming oder sowas sollte man sich vergleichen das funktioniert mit einem mbit pro sekunde auch nicht mehr gut dann hatte ich bereits angesprochen es gibt die online vertreten es gibt das eu-roaming das ist ja mittlerweile gesetzlich geregelt dass es im im markt des roaming inklusive ist und das hier unten ist dann jetzt die besonderheit das ist die neue funktion in den tarifen nämlich autofree connect das bedeutet über diese option kann man und das ist wichtig kostenfrei bis zu 10 sim kann mit diesem tarif nutzen es stehen insgesamt zu der normalen sim karte die man bekommt noch mal zwei multis im kart zur verfügung und dann noch bis zu sieben datenkarten also insgesamt kann man mit diesem einen einzigen tarif das geht übrigens auch mit den anderen autofree tarifen da muss man nicht die großen variante haben sondern es geht auch mit den kleineren tarifen mit diesen tarifen kann man bis zu zehn geräte gleichzeitig ins internet bringen und das ist vor allen dingen dafür gedacht weil natürlich die nutzer derzeit immer mehr geräte nutzen man hat zu hause noch ein tablet rumliegen man hat vielleicht noch ein smart tv die man auch unbedingt noch mal ins internet bringen will man hat vielleicht sogar noch ein auto dass man konnektieren kann man hat ein service der gas es gibt ganz viele zusätzliche endgeräte für die man noch eine sim karte bräuchte und mit dieser connect funktion muss man für diese geräte nicht noch ein extra vertrag abschließen sondern man hat zehn sim karten die alle auf den gleichen vertrag zugreifen und kann sich damit sparen weitere verträge abzuschließen an der stelle wird es auch klar warum und dafür dafür so viel datenvolumen eingebaut hat also bis zu 60 gigabyte denn diese 60 gigabyte kann man bis zu zehn geräte damit bestücken also das heißt man hat das datenvolumen auf bis zu zehn geräten die sich dann diese 60 gb teilen und mit zehn geräten ist es natürlich wesentlich einfacher tatsächlich diese 60 gb zu verbrauchen als wenn man nur das handy nutzen würde ansonsten muss man allerdings dazu sagen nur drei dieser zehn sim karten die man über die connect funktion bekommen konnten telefonieren nur drei sind tatsächlich reine multi karts die eine eigene rufnummer haben und deswegen damit telefonieren im sms schreiben können die anderen sind datenkarten mit denen man zwar mobil ins internet gehen kann die aber keine keine eigene rufnummer haben und damit eben auch keine keine telefonier bilden können das ist aber an sich nicht das problem weil man hat ja meistens sowieso in erster linie datengeräte mit denen man ins internet gehen will und ist ja nicht so dass jemand irgendwie vier oder fünf handys hat das ist relativ selten insofern ist das schon eine ganz sinnvolle aufteilung drei multi karts die man auch fürs telefonieren nutzen kann und ansonsten sieben reine datenkarten mit denen man die geräte ins internet bringen kann ja ich hatte es oben vor uns schon mal kurz gezeigt es gibt auch noch die sogenannte flex option und das ist das hier unten normalerweise funktioniert gerade nicht so gut normalerweise haben diese verträge eine laufzeit von 24 monaten und eine kündigungsfrist von drei monaten ich versuche es einfach mal zu aktualisieren mal gucken was passiert dann klappt jetzt nicht so gut gut dann rufen wir die seite einfach noch mal auf mal gucken was dann passiert so also wieder der autofree okay immer noch also man kann aber über diese option hier unten kann man diese lange laufzeit verkürzen und zwar ohne laufzeit das heißt man kann den tarif immer jeweils mit 30 tage kündigungsfrist kündigen und damit wird der vertrag sehr sehr flexibel allerdings und man sieht es hier oben auch schon wenn man drauf klickt dann ja gibt es 5 euro teurer also das heißt man muss sich entscheiden möchte ich gerne den vertrag zum günstigsten preis haben dann ist er leider mit langen laufzeit oder möchte ich dass der vertrag flexibel bleibt dann zahle ich fünf euro mehr pro monat wer das jetzt clever nutzen möchte macht es einfach so man nimmt für den anfang den vertrag mit kurzer laufzeit und schaut wie kommt man denn damit zurecht passt das datenbund passt der anbieter passt das netz passt der kundenservice ist man also mit diesem vertrag zufrieden und wenn das alles passt dann kann man dann auch sagen okay jetzt wechsel ich zur längeren laufzeit und zahl dann die fünf euro monatlich weniger auf die art und weise kann man relativ risikulos testen und falls es passt und falls man mit dem datenvolumen zufrieden ist dann kann man auch wieder wechseln ansonsten gibt es hier drüben noch die option die gibt es auch noch im menü vorher dass man natürlich bei und man sieht es hier sieht man gerade nicht so gut genau im handy shop kann man ja noch die verschiedensten neuen modelle mit zum tarif auswählen bedeutet immer auch dass der vertrag leider etwas teurer wird also das heißt die finanzierung der handys auf wirkt dann per monatliche rate und die wird auf den tarif aufgeschlagen ist aber an sich nicht so das problem ist auf jeden fall günstiger als wenn man das handy gleich kaufen würde weil dann muss man den kaufpreis sofort bezahlen ob es dann wirklich günstiger ist muss man immer mal nachrechnen aber letztendlich hat man hier auf jeden fall die option zu den tarifen auch immer noch den vertrag dass das handy mit dazu zu wählen falls man noch kennt hat oder falls man gerne ein neues haben möchte das war eigentlich schon so der überblick über die neuerungen über die aktuelle tarifstruktur falls fragen dazu aufgetaucht sind oder falls es noch irgendwelche unklarheiten gibt dann könnt ihr das gerne in den kommentaren hinterlassen ich versuche dann so schnell wie möglich darauf zu reagieren vielleicht zur zusammenfassung was hat sich denn geändert geändert haben sich vor allem ein bisschen die preise und vor allen dingen das datenvolumen es gibt die neue boost funktion mit denen man das datenvolumen verdoppeln kann es gibt die neue connect funktion mit dem man diesen tarifen bis zu zehn sim karten die alle kostenlos sind mit nutzen kann und ja es gibt jetzt die etwas günstigere gebühr für den anschluss die beträgt nur noch 29 euro 99 statt der 39 euro 99 prinzipiell ist der tarif damit für eine ganze reihe von nutzern geeignet weil natürlich sehr viel datenvolumen abgebildet werden kann also das heißt wer relativ günstig dürfen will und nicht so viel datenvolumen braucht denn die kleine variante für 20 euro mit 1 gb datenvolumen wer richtig viel datenvolumen braucht und das vielleicht doch noch auf tatsächlich zehn geräte aufteilen will der nimmt die große variante mit 4 für 44 euro 99 und mit dann 60 gigabyte datenvolumen also es gibt hier ganz ganz eine ganz ganz große bandbreite von nutzern die mit diesem tarif tatsächlich zurechtkommen können ja das war es eigentlich schon soweit zum tarif und von mir vielen dank für die aufmerksamkeit und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder reinschaut